Eine offenbar globale IT-Panne verursacht weltweit massive Störungen an der kritischen Infrastruktur. In zahlreichen Ländern, darunter Deutschland, den USA, Spanien, den Niederlanden, Indien und Australien, wurde der Flugverkehr weitgehend eingestellt. Am Berliner Flughafen BER kam der gesamte Flugbetrieb vorerst zum Erliegen. Die genaue Ursache blieb zunächst unklar. Einem Bericht zufolge war wohl die IT im Kontrollturm des Flughafens betroffen. Zahlreiche Flüge nach Berlin konnten nicht landen und mussten umkehren oder umgeleitet werden. In Spanien sind nach Betreiberangaben sämtliche Flughäfen betroffen, in den Niederlanden der Amsterdamer Flughafen. In Australien und Neuseeland kam es zu Ausfällen an Flughäfen bei Fernsehsendern und in Supermärkten. So zeigten die Bildschirme an Selbstzahlkassen der größten Supermarktketten nur blaue Fehlermeldungen. Auch der Flughafen im neuseeländischen Christchurch meldete Probleme. In Neuseeland waren auch Banken und das Computersystem des Parlaments betroffen.